Leute, kurzes wichtiges Update zum Bitcoin und Ethereum Preis. Während Bitcoin noch einmal rejected worden ist, an der 25.000 US-Dollar Marke kommt es zur Korrektur und wir sind auf dem Weg zum nächsten definierten Wendebereich, wo der Bitcoin Preis reagieren muss. Wo der genau liegt, wie die Strukturen hier zu bewerten sind, erfährst du detailliert in diesem Video. Und Ethereum hingegen hat es erneut geschafft, ein höheres Hoch in den Markt reinzumeißeln. Allen voran aufgrund des bevorstehenden Merges. Und Leute, es gibt weitere wichtige Neuigkeiten in dieser Hinsicht her, denn der Merch ist verschoben worden, aber nicht nach hinten, nein, noch einmal ein kleines Stück nach vorne. Wann der jetzt stattfinden wird, erfährst du detailliert in diesem Video. Von daher solltest du unbedingt bis zum Ende dranbleiben, um den klaren Fahrplan für Bitcoin und Ethereum parat zu haben. Und in Zukunft, wenn du das nicht mehr verpassen willst, jeden Tag bestens vorbereitet, mit uns in den Trading Tag starten möchtest, lass gerne ein kostenloses Abo da, Glocke aktivieren und auf alle stellen, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ein Video online geht. Und last but not least, den Like-Button smashen, über 127 Likes auf das letzte Video. Vielen, vielen Dank und wir starten rein mit dem Content. Leute, wir schauen uns einmal kurz die letzten 24 Stunden an, was ist passiert. Hat sich gerade bereits mitgeteilt, eine leichte Korrektur hier auf den Kryptomärkten. Nichts allzu wildes, minus 1% Decrease in der Marktkapitalisierung. Bitcoin korrigiert hingegen 2,37% in den letzten 24 Stunden. Sieht man letzten Endes, dass sich die Altcoins gegenüber Bitcoin wacker halten. Und Ethereum mit einer Plus-Minus-Nuller-Runde sieht man natürlich auch im IFBTC-Chart. Auch hier haben wir neue Hochs in den Markt reingemeistert. Ansonsten, sehr, sehr verhaltenes Bild, wie gesagt, zwischen 1-2% Korrektur in den letzten 24 Stunden. Nichts Bewegendes, aber wir müssen definitiv über den nächsten Wendebereich hier in Bitcoin sprechen. Und von daher, lasst uns rein starten. Let's go! Und wir starten direkt rein in Bitcoin mit der Daily Chart, Freunde. Und hier sehen wir sehr, sehr schön, ist natürlich, sage ich mal, weniger schön zu bewerten, aber sehr, sehr schön sehen wir, wie der Bitcoin-Preis erneut mit der Daily Candle an dieser 24.000er-Marke rejected worden ist. Wir sind über den gestrigen Tag hochgeschossen bis auf 24.900. Natürlich auch beflügelt durch die Nachrichten, dass letzten Endes BlackRock einen Bitcoin-Fond aufsetzt. Doch über den Tag gesehen wurden wir dann wieder deutlich abverkauft und schließen erneut unterhalb dieser 24.000 US-Dollar-Marke. Über diese Handelsspanne haben wir in den letzten Tagen und Wochen immer wieder gesprochen. Über diese Handelsspanne 24.000 und den 200er SMA, Simple Moving Average, hier in der Weekly. Und wir befinden uns weiterhin in dieser Handelsspanne der Weekly Candle Closes in zwei Tagen, 14 Stunden zu erwarten. Natürlich müssen wir aus bullischer Sicht hier endlich mal den Breakout nachhaltig schaffen. Das zum einen natürlich mit der Weekly Candle, aber natürlich auch mit der Daily Candle hier drüber. Doch dieses letzte Price Movement weniger gut zu bewerten. Was positiv zu bewerten ist, hier ist vor allem, dass wir natürlich weiterhin über dem 21er SMA stehen und vor allem über die EMA Ribbons geklettert sind mit dem Candle Close vorgestern. Das heißt, hier kann es erneut zu einem Retest dieser EMA Ribbons als Support geben, Leute. Macht euch darauf gefasst, um dann den nächsten Price Movement nach oben hin anzulaufen. Aber wir schauen uns dafür jetzt einmal die untergeordneten Szenarien an. Denn wir hatten auch über das neue Higher High gestern bereits im Update-Video hier in Bitcoin gesprochen. Wir haben noch ein klareres Higher High bei 24.900 gesehen. Und da wir uns sowieso in den letzten Tagen bereits auf die internen Level fokussiert haben, wo der Markt auch wunderschön bisher herausreagiert ist und positiv diesen bullischen Fahrplan fortgesetzt hat, müssen wir natürlich dann auch jetzt intern weiter den Fokus legen. Und wir haben eine nächstgrößere Struktur aktiviert. Gestern hatten wir noch in der 30-Minuten-Schalt über die kleine gelbe gesprochen. Da komme ich gleich zu sprechen. Doch der ganze Fokus liegt hier auf der dunkelblauen Struktur jetzt, Leute. Und die passt wunderschön mit unserer Erwartungshaltung, die wir hier über die letzten Wochen jetzt wirklich schon aufgebaut haben. Das Bitcoin, wenn der bullische Fahrplan so weiter intakt bleibt, massives Potenzial hat und massives Potenzial noch für eine Entladung hat und damit hohe Ziellevel anlaufen darf. Wir hatten über die 27.000 US-Dollar-Marke gesprochen. Doch mit diesen dunkelblauen Strukturen intern könnten wir genau das erreichen, was wir aus Bullensicht genau sehen möchten, nämlich diese Überextension aufgrund dieses massiven Potenzials. Damit würden sich die Bullen und auch diese türkisfarbenen bullischen Strukturen retten. Also interne neue Ziellevel 28.831 hoch bis 30.375, Leute. Der eine oder andere denkt jetzt, what the fuck is he talking about? Sorry für diese Ausdrucksweise. Aber wir springen dafür auch einmal in den CME Futures Chart, Leute. Und da sollte noch einmal jedem bewusst sein, dass wir noch offene Gaps haben. Klar, Gaps müssen nicht geschlossen werden, haben wir in der Vergangenheit gesehen. Doch dieser bullische Fahrplan, der, den wir gerade eben aufgestellt haben, passt wunderschön mit dem CME Futures Gap bei 27.370 hoch bis 28.965. Ziellevel erste 28.831. Von daher, Leute, diese Strukturen sind jetzt wirklich hier relevant zu beachten. Und diese nächste Range, die wir hier haben, ist 23.664 runter bis 23.240. Ich selber bin wirklich noch am überlegen, ob ich hier vielleicht eine kleine Longposition eröffne. Warum? Weil das Risiko letztendlich sehr, sehr überschaubar ist. Denn dieser Wendebereich, er ist nur 1,8% sage ich mal in der Breite bzw. Höhe und sage ich mal mit Stoploss dann knapp über 2,3% zu bewerten. Und wir schauen uns jetzt auch nochmal die gelbe Struktur an, denn auch hier haben wir diese kleine interne Struktur gestern bereits besprochen. Doch mit der nächstgrößeren Sequenzaktivierung müssen wir uns natürlich auf die dunkelblaue fokussieren. Und von daher haben wir hier aber auch einen Überschneidungsbereich. BC Korrekturlevel dieser gelben Struktur und BC Korrekturlevel dieser dunkelblauen Struktur eben diese Marke, die ich eben genannt habe, von 23.665 US-Dollar. Das ist letzten Endes ein interessanter Bereich für einen kurzfristigen Long meinerseits. Ganz wichtig Leute, ich kann immer nur davon sprechen, was ich mache, keine Anlageempfehlung hier auf diesem Kanal. Doch dieses Risiko ist für mich wirklich überschaubar zu dem Reward, den wir hier wirklich sehen können. Denn wir wollen das Ding ja sowieso bullisch weiter fortfahren. Sollte dieses Level gebrochen werden, Leute, sehe ich den Markt sowieso mit einem Switch hin zu bärischen Price Movements. Und dann müssen wir uns wirklich darauf gefasst machen, dass es nochmal einen Stockwert tiefer geht. Also von daher können wir den Markt wirklich, wie in den letzten Videos auch bereits gesagt, die Luft wegnehmen. Und ich fokussiere mich hier auf diese Range in Bitcoin. Switchen wir rüber zu Ethereum, Freunde. Und ich hatte es im Intro schon erwähnt, während Bitcoin diese klare Korrektur hinlegt, dümpelt Ethereum weiterhin oben an seinen letzten Highs herum. Warum ist das so? Müssen wir kurz auf folgende News zu sprechen kommen. Ethereum Upgrade nach vorne geschoben. Der Merch Termin steht, Leute. Der letzte Test auf dem Gurley Test Netzwerk ist geglückt. Und jetzt haben die Entwickler ein neues Datum durchgegeben. Und das neue Merch Datum ist der 15. September. Wir wissen es. Ethereum 2.0 lässt schon lange auf sich warten. 2019 war der Start Termin geplant. Doch letzten Endes immer wieder nach hinten geschoben, um diese Skalierbarkeit und natürlich Netzwerkgebühren und natürlich auch den Proof-of-Stake-Konsens-Mechanismus einzuführen. Haben sich die Entwickler Zeit gelassen, um das Ding hier wirklich, sage ich mal, top-notch zu launchen. Und von daher, dieser Test im Testnet Gurley ist gelungen. Und jetzt haben sie den Termin vom 19. September vordatiert auf den 15. September. Sehr, sehr positiv zu bewerten, was letzten Endes auch nochmal die letzten Price Movements hier in Ethereum, sage ich mal, bekräftigen bzw. eindeutig machen. Und wir dümpeln hier aktuell an der 1.885er Marke rum. Wir haben schon fast einmal diesen Test der 2.000 US-Dollar Marke gesehen, Leute. Und das ist natürlich weiterhin sehr, sehr interessant. Die Strukturen haben wir ausführlich in den letzten Videos darüber besprochen. Aus meiner Sicht, sage ich mal, aktuell schon überkauft. Dieser Markt, das Potenzial ist hier ausgeschöpft. Während wir in Bitcoin noch klares Potenzial nach oben haben, haben wir hier, sage ich mal, aus meiner Sicht strukturell kein Potenzial mehr. Wir haben noch einmal ein neues Higher High hier in den Markt reingemeißelt. Von daher müssen wir uns auch unseren Reentry Buy aktualisieren, der jetzt aktualisiert liegt in der Range von 1.410 runter bis 1.230 US-Dollar. Und diese Outperformance von Ethereum gegenüber Bitcoin sehen wir natürlich auch weiterhin im ETH-BTC-Chart. Auch hier haben wir neue Highs in den Markt reingemeißelt. Wir stehen ganz, ganz kurz vor der 0,08er Marke, Leute. Wir sind mittlerweile von unserem ersten Swap-Entry gestiegen um über 50% an der Spitze, 51,5%. Gigantisch, Leute. Und ebenfalls können wir sämtliche bärischen Szenarien jetzt hier klar und deutlich rauslöschen. Wir sind ganz klar bullisch unterwegs. Und das kann natürlich weitere Gains hier in Bitcoin oder ETH-BTC zur Folge haben. Wir haben letzten Endes das nächste Target, hier die 100% Korrektur Marke bei 0,087. Nichtsdestotrotz, wenn ihr euch diesen Anstieg anseht, ähnlich wie in Ethereum zu bewerten, massivst auf wackeligen Beinen aktuell aus meiner Sicht. Und auch hier das Potenzial klar und deutlich bereits ausgeschöpft. Und von daher kann es hier jeder jederzeit zu einer Korrektur kommen. Und wenn diese Korrektur kommt, dann sind wir da, Leute. Die Angel ist bereits ausgeworfen. Ich habe meine Buy-Limits platziert, bereits erneut aktualisiert an der Range 0,0642 runter bis 0,059, wo ich einen Teil meiner Bitcoins in Ethereum umtausche, um den nächsten Uprun von Ethereum im Vergleich zu Bitcoin mitzunehmen. Diese Strukturen können wir mittlerweile auch herausnehmen, denn die wurden deutlich überextendiert. Von daher ist das Chartbild ziemlich, ziemlich klar, Leute. Eindeutig. Und für diejenigen, die bis zum Ende drangeblieben sind, werden natürlich wie immer belohnt, Leute. Ich habe eine weitere sehr, sehr wichtige News für euch. Geht um den Anchor-Chart. ANKR ist der Ticker. Und hier hat letzten Endes Binance eine strategische Investition in ANKR bestätigt. Announced und es folgte eine 40-prozentige Kurs-Explosion. Die sehen wir hier mit dieser massiven Rakete im ANKR-Chart. Und ich habe es gesagt, ich habe eine neue Trade-Idee für dich parat. Das heißt, wir haben die Strukturen hier wunderschön aufgebaut. Massives Potenzial aufgebaut hier in dem Markt. Entladen Potenzial ist ausgeschöpft. Und daher hat der Markt jederzeit die Möglichkeit, diese Korrektur einzuleiten. Und wir sehen sie auch bereits eingeleitet. Und das nächste interessante Re-Entry-Long aus meiner Sicht liegt in der Range von 0,04095 runter bis 0,03497. Hier werde ich mich mit einem kurzfristigen Long im ANKR-Chart positionieren. Und wenn wir uns einmal kurz die letzten Price-Movements anschauen, dann können wir auch noch einmal, wenn der Markt jetzt noch ein bisschen weiter runterziehen sollte, also dieses Low bricht, neue bärische Strukturen hier identifizieren. Vom neuen High herausgehend. Und wir sehen sehr, sehr schön, dass der Markt einen wunderschönen Überschneidungsbereich bildet. Von bullischen Kauflevel in Türkis und bärisches Ziellevel hier in Orange dargestellt. Also Leute, das noch einmal die Belohnung für jeden Einzelnen, der bis zum Ende dran geblieben ist. Falls dir gefallen hat, falls sich das Video weitergebracht hat, dir die Trade-Idee gefällt, unbedingt den Daumen nach oben dalassen. Lasst uns einen neuen Like-Rekord aufstellen. Vielen, vielen Dank für den stetigen Support. Falls du noch nicht Teil der Kryptowallstreet bist, dann wird es jetzt aller allerhöchste Eisenbahn. Das wirst kostenlos Abo dalassen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ein wunderschönes Wochenende, Freunde. Wir haben schon wieder Freitag. Heute auch ein ganz, ganz besonderer Tag. Meine Ma hat heute Geburtstag. Da geht es heute Nachmittag für mich hin. Dann kurz einmal zu Training und dann erneut auf den Geburtstag meiner Mutter. Und ansonsten habe ich morgen das nächste Auswärtsspiel. Wir spielen gegen Braunschweig. In Braunschweig wird ein heißes Ding. Ich freue mich drauf. Aber ihr könnt natürlich in diesem Fall erstmal die Sonne genießen. Freunde, legt euch rein. Bis dahin. Ciao, ciao.